Cashback auf Lego, Urlaub, Reisen und noch vieles mehr. Ich zeige dir heute, wie ich das handhabe. Hallo meine Lieben, ich bin Sähe Thomas aka SparkoJose. Heute werde ich mit euch Rabattcorner etwas genauer anschauen. Ich teste das schon seit geraumer Zeit mit euch gemeinsam, mit der Community. Ich habe auch erst kürzlich einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Den blende ich euch gerne ein und verlinke den auch gerne unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch gerne auch mal dort noch abchecken und vieles der Dinge nachlesen, die ich euch heute zeigen und erklären werde. Worum geht es heute? Es geht wie schon gesagt vor allem um Cashback und in diesem Fall um Rabattcorner, wie ich das handhabe. Wie ich sogar auch noch mal noch mehr zusätzlich Cashback on top damit raushole. Ich zeige euch einfach so ein bisschen meine Tipps und Tricks, wie ich das ganze Thema Cashback sammeln handhabe. Und ich möchte vorweg hier schon mal auch direkt sagen, dass es sich hier auch um eine Kooperation mit Rabattcorner handelt. Das heißt, wir können ja mal direkt auf die Seite gehen. Ihr könnt auch den Startbonuscode SparkoJote verwenden, um dann auch direkt mit 10 Franken Startguthaben loszulegen. Ich habe mich schon mal eingeloggt in meinen Account, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ihr könnt auch die Timestamps angucken. Ich werde euch heute wirklich zeigen, wie man das verwendet, wie das am besten funktioniert und tatsächlich auch, wie ihr dann später dann den Cashback auszahlen könnt und wie das alles läuft. So, ich habe gerade aktuell auf meinem Konto 8,40 Franken Cashback sowie noch 8,37 Franken offen. Das sind also ungefähr 17 Franken. Das heißt, sobald ich wieder demnächst mal wieder Lego kaufe oder irgendwas anderes über Cashback oder Ferien buche, sollte ich auf die 20 Franken kommen, denn ab 20 Franken kann man sich das Geld ganz normal hier beim Auszahlungstab tatsächlich auf sein Bankkonto auszahlen lassen. Das heißt, hier kann man dann seine IBAN Nummer angeben. Ihr seht das jetzt hier gerade nicht, denn die ist jetzt bei mir einfach ausgeblendet, aber man könnte es jetzt entfernen, aber auch noch editieren. Also alles absolut kein Problem. Und dann könnt ihr ab 20 Franken, wie das hier auch steht, den Betrag entsprechend auf euer Konto auszahlen. Das heißt, ich bin da jetzt bald oder sehr bald tatsächlich bei diesen 20 Franken und kann dann auch meine Auszahlungen tätigen. Was super, super spannend ist, also ihr könnt tatsächlich wirklich bei vielen verschiedenen Shops tatsächlich Cashback sammeln. Ich habe das hier auch in meinem Blogbeitrag sehr, sehr, sehr gut aufgelistet. Das heißt, wir haben zum Beispiel Manor. Tatsächlich verwende ich Manor sehr gerne für zum Beispiel Dinge wie Lego. Ich habe es schon im Intro gesehen. Ich bin tatsächlich auch ein Lego-Kollektor und 8% Cashback ist relativ gut in meinen Augen, vor allem wenn es Sets sind, wo die gerade in Aktionen sind und man die eh schon günstiger bekommt. Plus nochmal den Cashback, da spart man halt tatsächlich einfach Geld für Dinge, die man sowieso gekauft hätte. Das bin ich ein großer Fan von. Außerdem, wenn wir hier einfach mal gucken, haben wir super viele Möglichkeiten. Wir können auch einfach hier tatsächlich die Shops raussuchen, zum Beispiel unter Elektronik, wenn wir irgendwas suchen. Oder, und das ist ja auch das Spannende, wenn ich zum Beispiel auch Haushalt, Werken gestalten und so weiter. Also wir haben da wirklich viele Möglichkeiten. Oder ich suche jetzt zum Beispiel einfach hier direkt Cobound Hobby. Ich gehe regelmäßig in Cobound Hobby, entweder fürs Geschäft oder auch privat, wenn ich irgendwas brauche. Auch hier gibt es für Online-Einkauf, zum Beispiel aktuell sogar immer mal wieder Aktionen, 4% Cashback statt 2% Cashback. Und wenn man eh in den Cobo geht, dann lohnt sich, also im Cobound Hobby geht, dann lohnt sich das meinen Augen auf jeden Fall definitiv. So, ich möchte euch jetzt zeigen, wie das genau funktioniert. Und zwar, auf der einen Seite kann ich natürlich hier zum Shop und Cashback erhalten drücken. Das könnte ich jetzt hier mal machen. Und dann ist super wichtig, jetzt kommen wir diese Meldung hier. Wir müssen den Adblocker ausgestellt haben. Das sieht man hier ganz gut. Das hier ist der Adblocker, das grüne. Und wenn ich jetzt diesen aktiviert hätte, dann funktioniert das nicht. Also wenn dieser jetzt rot wäre, ich zeige euch das mal zum Beispiel hier bei Booking, sieht man das ganz gut. Da ist er noch rot, dann funktioniert das Ganze nämlich nicht, weil dann bestimmte Cookies gesperrt werden. Und somit dann auch Rabattcorner nicht tracken kann, ob ihr dann was bestellt oder gekauft habt beim jeweiligen Shop. Also achtet da unbedingt immer darauf. Hier jetzt bei Cobound Hobby funktioniert alles, weil eben der Daumen nach oben zeigt, was wiederum bedeutet, dass der Adblocker deaktiviert ist. Eine andere Möglichkeit, also ich könnte jetzt hier anfangen einzukaufen, in meinen Account einzuloggen. Und dann sollte eigentlich der Einkauf auch richtig getrackt werden, weil wir den Adblocker deaktiviert haben. Eine andere Möglichkeit ist, wir sehen das jetzt hier im Manual. Ich habe hier nämlich die Rabattcorner-Erweiterung. Die gibt es nämlich auch für Safari, aber auch eben für Chrome. Ich benutze gerade Chrome. Und dann könnte ich hier jetzt einfach auf jetzt aktivieren drücken. Und dann vergisst man nämlich nicht. Oder man sieht sofort, welcher Store bei Rabattcorner gelistet ist. Und hier kommt wieder dasselbe Fenster. Und da jetzt der Adblocker auch deaktiviert ist, auf dieser Manual-Seite funktioniert das Ganze. Weil auf Manual habe ich jetzt schon öfters tatsächlich eben eingekauft. Und jetzt sehen wir hier, letzte Rabatte bis zu 50%. Vielleicht hat es hier irgendwo Lego-Spielzeug. Werde ich irgendwann mal noch gucken und vielleicht auch was finden. Und ich könnte dann eben auch wiederum zusätzlich Cashback drauf sammeln. Oder auch einfach auf normale Käufe. Das funktioniert relativ einfach. Ich kann aber auch hier tatsächlich einfach Lego eintippen. Also ich kaufe im Manual tendenziell eher Lego. Die Sets, die in Aktion sind. Und dann bekomme ich noch Cashback on top oben drauf. Also wenn man sich das mal überlegt. 8% Cashback auf diesen Harry Potter Polyback. 8% von 5 Franken. Was sind das? Ja, das sind irgendwie 40 Rappen. Also das heißt, mich würde eigentlich dieses Set nur 4 Franken 55 kosten, wenn ich jetzt das kaufen möchte. Letztendlich mit dem Cashback. Aber, aber, aber ja. Sobald man diesen Einkauf getätigt hat, dauert das einen Moment. Es kann bis zu 24 Stunden dauern. Bis dieser Cashback dann tatsächlich auf eurem Konto gut geschrieben ist. Wenn man das mal hier anschaut unter Transaktionen. Und das ist auch das Spannende. Wenn das alles nicht funktionieren sollte, falls ihr irgendeinen Fehler gemacht habt, dann könnt ihr immer noch eine Nachbuchung beantragen. Und mit dieser Nachbuchung, das ist eben das Spannende, kann man dann eben entsprechend diese Transaktionen nochmal manuell adden. Da muss man auch einen Screenshot der Bestellung machen. Reinschreiben, was man genau bestellt hat, für wie viel Geld. Und was die Bestellnummer ist und so weiter. Das sieht man dann hier. Und das dauert dann schon auch einen Moment. Und dann kann man eben eine Nachbuchung beantragen. Das ist eben das Spannende. Hier wählt man dann auch aus, welchen Partner man halt. Zum Beispiel bei Just Eat. Und das ist halt so ein bisschen das Spannende. Das heißt, auch hier, wenn irgendwie technisch ein Fehler passiert, kann man eine Nachbuchung beantragen. Allerdings, das sage ich schon vorweg, dauert relativ lange tatsächlich. Ja, also das muss man ehrlicherweise einfach sagen, weil das wird dann manuell angeguckt. Und, aber es funktioniert. Ja, also da muss man einfach Geduld haben. Und ich sage es mal so, wie es ist. Solche Cashback-Plattformen sind für mich tatsächlich einfach ein Vorteil. Hauptsächlich deswegen, wenn man Dinge kauft, bucht oder Dienstleistungen erwirbt, wenn man die sowieso geholt hätte und dann einfach Cashback on top drauf bekommt. Ideal. Aber wenn man jetzt nur wegen dem Cashback anfängt, Dinge zu kaufen, zu konsumieren, meiner Meinung nach ein No-Go. Und jetzt auch vielleicht noch hier, ich habe das auch gut in diesem Blogbeitrag, wenn ihr das auch nochmal nachlesen wollt, verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr das gerne abchecken. Nochmal gut erklärt. Dann kann man das vielleicht nochmal auch in Textform lesen, wenn das einem gefällt tatsächlich. Und auch hier wieder, ihr seht, wenn ihr den Code Sparkojote bei der Anmeldung für neue Kunden verwendet, behaltet ihr sofort 10 Franken Startguthaben und müsst eigentlich nur noch 10 Franken sammeln, um dann ab schon 20 Franken die erste Auszahlung tätigen zu können. Und jetzt kommt eben das Spannende, und das habe ich hier unten nochmal angeteasert, Cashbacks kombinieren. Und das möchte ich euch hier auch nochmal kurz einfach erwähnen und zeigen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Crypto.com, ja, Debitkarte. Und das ist jetzt die Jade Green. Und je nachdem, was ihr da für Kreditkarten oder Debitkarten habt mit Cashbacks, könnt ihr natürlich nochmal zusätzlich Cashback sammeln. Ich sammle jetzt zum Beispiel aktuell gerade zusätzlich nochmal 2% Cashback auf jeden Einkauf. Das heißt, würde ich jetzt bei Manor unter Spielzeug zum Beispiel, das können wir hier nochmal kurz angucken, gehen wir nochmal in Manor, dann sieht man jetzt hier unter Cashback für Spielwaren, Geschenke, Gutscheine, bekomme ich 8%. Wenn ich dann aber auch noch mit dieser Karte zahle, ja, erhalte ich nochmal 2% Cashback. Das heißt, letztendlich bekomme ich auf dieses Lego Set, ja, was wir jetzt hier vorhin gerade angeguckt haben, 10% Cashback, was eigentlich fast 50 Rappen wären, die ich einfach so bekomme, obwohl ich das Set ja sowieso gekauft hätte. Das heißt, ich zahle eigentlich das weniger, weil ich bekomme das ja effektiv als Cash. Und das ist halt für mich einfach ideal. Das heißt, sparen oder zusätzliches Geld sparen für Ausgaben, die ich so oder so getätigt hätte, auch ohne die Cashback-Plattform. Und das ist halt eben in meinen Augen ein großer Pluspunkt in diesen Augen. Das heißt, auch hier gescheit oder geschickt Cashbacks kombinieren. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Coop Bound Hobby. Da kann man dann zum Beispiel die Coop Superkarte kombinieren eben mit Rabattcorner. Und Superpunkte sammeln, plus auch nochmal Cashback eben auf Rabattcorner. Und das ist halt eben das Ideale in meinen Augen. Also für mich ein absoluter No-Brainer, wenn man seine Finanzen nochmal noch mehr optimieren möchte und die Sparquote eh schon sehr gut draußen hat, dass man hier einfach entsprechend wirklich richtig, richtig gut am Start ist. Hier bei Booking könnte ich jetzt meinen Urlaub buchen. Wenn ich mal vielleicht auf Japan gehe, werde ich das definitiv auch über Rabattcorner Cashback machen. 3% bekommen. Und dann, wenn ich hier die Hotels, die Flüge und so weiter buche, wichtig ist hier, ich muss natürlich den Adblock auf dieser Seite und das mache ich jetzt hier einfach mal für immer, deaktivieren, dass der Daumen nach oben erscheint. Und dann könnte ich hier durch diese Erweiterung von Chrome jetzt aktivieren drücken. Und so vergesse ich auch nie, wenn eine Seite wirklich Cashback hat. Ansonsten würde ich das manchmal auch einfach vergessen und tatsächlich, ich sage es mal so, wie es ist, einfach Geld liegen lassen. Und es kostet echt nicht viel Zeit. Das ist so für mich so dieser große Pluspunkt, wo ich mir einfach sage, hey, für dieses zusätzliche Geld, was ich dann einfach einspare, über die Monate und Jahre oder irgendwann dann auch Jahrzehnte hinweg, ist es für mich das wert, weil es halt einfach reales Cash ist letztendlich. So. Hier erst noch der Optimus Prime. Schönen Cashback drauf abgarnieren, wenn es gut läuft. Und ansonsten habt ihr jetzt so ein bisschen gesehen, wie ich das mit Cashbacks handle. Wie schon auch erwähnt, wenn ihr das nochmal detailliert lesen wollt, guckt in die Videobeschreibung. Ich habe da auch nochmal einen Link und alles auf einem Blog, wo ich das auch eben nochmal alles deutlich nochmal erkläre, dass ihr halt auch einfach seht, wie das Ganze funktioniert. Und gleichzeitig, das ist auch immer super wichtig zu erwähnen, ich habe es am Anfang schon erwähnt, handelt es sich hier um eine Kooperation mit mir und Rabattcorner. Wenn ihr den Code SPARKOJOTE bei der Anmeldung, Neuanmeldung bei Rabattcorner.ch verwendet, dann supportet ihr natürlich auch diesen Kanal und dieses Projekt hier. Oder ihr könnt auch einfach den Link SPARKOJOTE.CH slash Rabattcorner, blende ich euch gerne hier ein, verwenden und dann eben mit 10 Franken Startguthaben loslegen. Und ja, mich würde jetzt vor allem interessieren, benutzt ihr Cashback-Plattformen, Cashback-Modelle oder kombiniert ihr auch Cashbacks, so wie ich, um halt eben Cashbacks aufeinander zu stacken. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr könntet oder konntet eure Sparkquote jetzt mit diesem Video etwas erhöhen. Darum gerne auch Feedback zu Rabattcorner, zu anderen Plattformen, wie ihr das macht, wie ihr das handelt, unten in die Kommentare reinhauen. Darum an dieser Stelle sage ich einfach mal nur, Stay Healthy, Get Wealthy.